Today we are shooting at the bakery. Wir kommen mit Blaulicht angefahren und stürmen rein und durchsuchen alles. In dieser Bäckerei wohnt ein Ehepaar, die haben ihre Tochter verloren. Wir sind durch verschiedene Sachen draufgekommen, wer es wahrscheinlich war und kommen zu dieser Bäckerei. Was ist denn, was ist denn passiert? Wo ist jemand? Das ist das, was wir heute machen. All diese Bäckerei-Szene. Das ist sehr schön, außer dass man die Cookies nicht zu essen kann. Für mich ist es sehr schön, zurück in Gotland zu sein, weil wir hier den Film von Pippin starten. Als sie das erste Mal hier waren, sagte sie, da kann man da vorne so eine Treppe runtergehen, in so eine kleine Höhle. Und da waren wir und dann drehte sie sich um und sagte, ich glaube, ich war hier schon mal. Wir haben das gleiche Hintergrund in der Kommissar und das mehr als in Pippin. Es gibt eine ganze Reihe von Stellen auf Gotland. Ich kenne viele, aber noch lange nicht alle. Also ich habe nichts dagegen, die nächsten fünf Jahre auch noch jedes Jahr herzukommen. Ich bin mir dauernd. Ich bin mir dauernd. Ich bin mir dauernd. Vielen Dank.